Viele Menschen kennen den Begriff Dissoziation, zum Beispiel aus den Diagnosekriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder im Kontext von einem Trauma. Die wenigsten wissen allerdings ganz genau, was unter einer Dissoziation zu verstehen ist. Die meisten Videos, die man im Internet dazu findet, sind außerdem sehr, sehr oberflächlich. Deswegen möchte ich in diesem Video noch einmal ganz genau erklären, was unter einer Dissoziation zu verstehen ist und werde auch auf alle Unterformen der Dissoziation ganz genau eingehen und wirkliche handfeste Beispiele dazu geben. Bevor es aber mit den einzelnen Unterformen losgeht, sollten wir erst einmal klären, was ist denn eine Dissoziation überhaupt und im Allgemeinen. Nun, eine Dissoziation ist das Gegenteil von einer Assoziation und den Begriff Assoziation, nun, den kennen wir alle. Etwas assoziieren bedeutet, miteinander in Verbindung setzen und das tut der Mensch jeden Tag und ununterbrochen und das muss er auch, sonst könnte er gar nicht leben. Da gebe ich ein ganz handfestes Beispiel. Jeder, der sich jetzt dieses Video hier gerade anschaut, assoziiert verschiedenste Sinneseindrücke miteinander. Ja, zum Beispiel das Bild, also die visuellen Eindrücke mit den akustischen Eindrücken und so weiter und so fort. Und erst in der Gesamtheit, in dem diese verschiedensten Eindrücke miteinander verbunden werden, kann das überhaupt zu dem Erlebnis, dieses Video anzuschauen, verschmelzen. Jetzt muss man auch sagen, dass es natürlich auch gedankliche Assoziationen gibt. Wir wissen, der menschliche Verstand arbeitet assoziativ. Das heißt, wer jetzt meine Bücherwand hier im Hintergrund sieht, erinnert sich vielleicht daran, dass er noch einen Roman weiterlesen wollte und denkt sich, hey, das mache ich dann gleich nach diesem Video. Ja, also Assoziationen bezieht sich natürlich nicht nur auf unsere Sinneseindrücke, sondern auch auf unsere Gedächtnisleistungen und so weiter und so fort. Jetzt muss man allerdings verstehen, dass der Mensch nicht nur im Alltag assoziiert, sondern immer auch in die Dissoziation geht. Jeder, der sich dieses Video anschaut, der verschiedenste Sinnesandrücke miteinander assoziiert, wird gleichzeitig auch andere Eindrücke und natürlich auch Gedächtnisinhalte dissoziieren. Denn sonst könnte er sich gar nicht auf dieses Video konzentrieren. Naja, was meine ich damit? Zum Beispiel das Suchen des Kühlschrankes im Hintergrund oder nur die wenigsten werden gerade beim Schauen dieses Videos, wenn man ja darin versunken ist, noch eine Wahrnehmung für die Gerüche haben, die gerade im Raum sind und so weiter und so fort. Das wird alles nicht präsent sein. Auch wird man sich gerade nicht an den stressigen Arbeitstag erinnern, sondern ist eben mit dem Erlebnis dieses Videos assoziiert, aber mit dem gesamten Rest in der Dissoziation. Wir sehen also, auch Dissoziationen sind erst einmal nichts Pathologisches, sondern ein ganz normales, richtiges und wichtiges Alltagsphänomen. Tja, pathologisch wird es erst, wenn diese Dissoziationen ins Extreme abdriften. Das kann zum Beispiel während oder nach einer sehr traumatischen Situation der Fall sein. Eigentlich, so müssen wir ganz klar sagen, sind diese Dissoziationen auch in diesem Fall eigentlich ein Schutzmechanismus für uns als Mensch, für unsere Psyche. Ja, dass wir in einer stressigen, sehr belastenden Situation nach wie vor handlungsfähig bleiben und ja, somit unser Überleben sichern können. Ich gebe ein Beispiel. Wir bauen mit dem Auto zum Beispiel einen Unfall. Ja, wenn das passiert ist, werden wir höchstwahrscheinlich im Schock sehr vieles dissoziieren. Zum Beispiel unsere eigenen Verletzungen. Wir werden uns vom Auto, also wir werden aufstehen, uns vom Auto entfernen, trotz unserer verletzten Beine und werden ja vielleicht auch zum anderen Fahrer, zu einem anderen Fahrer hinüberlaufen und schauen, ist ihm etwas passiert und so weiter und so fort. Das alles geht natürlich nur, wenn wir nicht die ganze Zeit nur, ja, wie gebannt auf unsere Verletzungen starren und ansonsten, ja, völlig, völlig gefreezt sind. Es ist also ganz wichtig zu verstehen, dass erst einmal auch in diesem Fall Dissoziationen ein Schutzmechanismus darstellen. Und natürlich, das muss ich hier auch sagen, es ist absolut unpathologisch, wenn wir uns mit dem Fahrrad auf die Klappe legen und dann, ja, trotz offener Knie einfach das Fahrrad wieder hinstellen und nach Hause fahren und dabei, ja, abschalten und vielleicht auch unsere Verletzungen an den Knien vergessen. Das ist alles völlig unpathologisch. Ja, aber wann wird es denn nun pathologisch, wenn das noch nicht einmal bei einem Autocrash der Fall ist? Ja, wir müssen sagen, der Übergang vom Nicht-Pathologischen ins Pathologische ist natürlich fließend. Ja, und bei so einem Autounfall, wow, da wird es schon langsam heikel. Das ist natürlich ein krasser Schock. Das ist natürlich ein heftiges Trauma. Und so etwas hinterlässt in aller Regel auch immer Spuren in unserer Psyche. Das ist nun einmal so. Das große Risiko, und da sind wir jetzt wirklich im pathologischen Bereich, ist nämlich, dass man, ja, durch das Praktizieren, Übung macht den Meister. Und in diesem Fall ist das häufig keine gute Übung, sich, ich sage einmal, angewöhnt, beziehungsweise immer wieder in diese dissoziativen Zustände auch im Alltag verfällt. Viele Menschen, zum Beispiel mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, die vor allen Dingen immer und immer wieder in ihrer Kinder- und Jugendzeit traumatisiert wurden, kennen es, dass die Dissoziationen zu einem regelrechten Selbstläufer geworden sind. Und der geringste Anlass im Alltag, ja, wenn Stress aufkommt, dazu führt, dass diese Menschen in die Dissoziation verfallen. Und ich meine hier natürlich eine starke Dissoziation, die man auch wirklich nicht wollen kann. Und hier sind wir in einem wirklich pathologischen Bereich. Nun ist es ganz wichtig zu verstehen, dass diese Dissoziationen in mehrere verschiedene Unterarten klassifiziert wurden. Das heißt, es gibt nicht nur die Dissoziation, sondern es gibt davon verschiedene Arten, die übrigens, und das muss ich hier gleich vorab sagen, nicht so wie in den Beispielen, die ich jetzt bringe, ja, völlig abgetrennt von allen anderen immer auftreten, sondern sehr, sehr häufig natürlich auch zusammen. Ja, das heißt, mehrere Arten der Dissoziation können gleichzeitig auftreten. Nun, was gibt es aber für Arten der Dissoziation? Es sind fünf Stück und die erste, ja, auch das ist ein Begriff, den haben viele wahrscheinlich schon gehört, ist die Derealisation. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass jemand bestimmte Sinnesreize aus seiner Umwelt, Teile seiner Umwelt nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Bestimmte Teile ausblendet oder nur noch sehr verzerrt wahrnehmen kann, dass man seine Umwelt vielleicht durch, ja, wie durch eine Milchglas-Scheibe wahrnimmt, mit Schlieren vor den Augen. Dass man bestimmte Geräusche nicht mehr hört, dass man es gar nicht mitbekommt, dass einen jemand, dass man angesprochen wird oder dass man, ja, jemanden reden hört, aber das Gesagte gar nicht verstehen kann. Und das nicht, weil er zu leise spricht, sondern weil man es einfach nicht begreifen kann, weil es wie verzerrt im eigenen Ich ankommt. Ganz wichtig zu verstehen ist, aber ich hoffe, dass das eigentlich klar ist, dass das natürlich nicht die Ursache ist, dass mit den Sinnesorganen als solches irgendetwas falsch wäre. Nein, die Sinnesorgane sind dabei natürlich völlig intakt. Es ist ein psychisches Phänomen. Ja, Typ Nummer zwei ist ziemlich ähnlich. Das ist die Depersonalisierung. Was bedeutet das? Das heißt, dass man genau im Gegenteil zu, ob die Realisation nicht mehr die Umwelt verzerrt oder nicht mehr richtig wahrnimmt, sondern sich selbst. Man nimmt zwar die Umwelt noch wahr, aber kann sich selbst gar nicht mehr richtig spüren. Das ist auch das Phänomen, das viele Menschen mit Borderline kennen, die sagen, hey, ich spüre meinen eigenen Körper nicht mehr. Das ist genau dieses Phänomen. Das geht häufig sogar damit einher, dass man in krasseren Phasen das Gefühl hat, dass das eigene Ich, ich sage mal die Seele, aus dem eigenen Körper heraustritt. Das kann so weit sein, dass man seinen eigenen Körper aus einer ganz anderen Ecke des Raumes sieht, dass man also praktisch auf sich selbst herabschaut. Das ist natürlich sehr, sehr krass und vielleicht schwer vorzustellen für Leute, die das noch nicht erlebt haben. Aber Betroffene, die das kennen, wissen jetzt ganz genau, wovon ich spreche. Und auch hier muss man ganz klar sagen, sehen wir wieder die eigentliche Funktion dieses Zustandes, nämlich Schutz vor Traumatisierung. Achtung, Trigger-Beispiel. Wenn jemand zum Beispiel Missbrauch erleidet, dann kann er in diese Form der Dissoziation verfallen, um eben die Situation, obwohl er eigentlich, das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, der Protagonist der Situation ist, nicht mehr unmittelbar wahrnehmen zu müssen, sondern zum Zuschauer seines eigenen Filmes wird. Ja, und das kann natürlich ein Schutz sein, vor Traumatisierungen bzw. diese schrecklichen Erlebnisse nicht so krass durchleben zu müssen. Tja, dann gibt es noch Nummer 3, die Amnesie. Auch das ein klassischer Begriff, aber was kann man sich genau darunter vorstellen? Ja, natürlich, wir kennen das alles aus unseren Lieblingsfilmen. Eine Person hat eine Amnesie, hat also sein Gedächtnis bzw. sein Wissen verloren. Das heißt, bestimmte Gedächtnisinhalte, abgespeichertes Wissen, das man eigentlich hat, ist nicht mehr willentlich zuzugreifen. Das ist das, was man unter einer Amnesie versteht. Auch hier muss man ganz klar sagen, die Alltagsschusseligkeit ist natürlich nicht pathologisch. Wenn man sich mal gerade an irgendetwas nicht erinnern kann und sich dann denkt, Mann, irgendwie, mir liegt auch dieser Begriff auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht drauf. Das ist natürlich nicht pathologisch. Pathologisch ist es hingegen, wenn man das in einer so krassen Form hat, dass natürlich der Alltag und das Leben im Alltag vollständig eingeschränkt ist oder in biografischer Form. Es gibt also auch die biografische Amnesie, wenn man sich an weite Strecken mitunter seiner eigenen Biografie nicht mehr erinnern kann, so als wären die auf der eigenen Erinnerungslandkarte vollständig ausgelöscht. Wichtige Anmerkung, das gilt natürlich nicht für die allererste Zeit in unserem Leben. Nein, als kleines Kind oder beziehungsweise als Erwachsener kann man sich nicht mehr bewusst an die Phase unseres ersten und zweiten Lebensjahres erinnern. Das liegt daran, dass bestimmte Bereiche unseres Gedächtnisses sich erst später entwickeln. Aber wenn wir uns natürlich jetzt als Erwachsene überhaupt nicht mehr an unsere Teenager-Zeit erinnern können, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja mein Gott, ich kann mich noch daran erinnern, irgendwie Alter 3, als ich in den Kindergarten gekommen bin, bis ich 12 war, aber dann 13, 14, 15, 16, diese ganze Zeit ist wie weg. In meiner Erinnerung ist ein schwarzes Loch. Auch das ist eine Form von Dissoziation, nämlich die dissoziative Amnesie. Das ist an dieser Stelle ganz, ganz wichtig zu verstehen. Nummer 4, die Fuge, ja, von Fugare, voneinander fliehen, ist ein Begriff aus der Kunst, kennen wir aber natürlich auch alle aus unserem Badezimmer. Ja, die Fuge, die, ja, etwas, ein Zwischenraum zwischen zwei Fliesen und so weiter und so fort. Ja, die Fuge bedeutet im Rahmen unserer pathologischen Dissoziation, dass jemand sich räumlich von einem Ort zu einem anderen bewegt und das selber gar nicht mitkriegt. Er merkt nur, ich bin plötzlich ganz woanders. Menschen, die das pathologisch und sehr, sehr stark erleben, kennen es zum Beispiel, und das ist oft nicht gefährlich, aber allenfalls sehr erschreckend natürlich, dass man sich gerade in seinem Wohnzimmer befindet. Und dann gibt es einen, ich sage einmal, Filmriss, weil man bekommt es ja nicht mit. Und plötzlich findet man sich in einem ganz anderen Stadtteil wieder, ist irgendwo draußen oder ist irgendwo in einer Tanke und stellt fest, Moment, ich bin Auto gefahren, ich bin gerade mit dem Auto durch die Gegend gefahren, aber habe das bewusst gar nicht mitbekommen. Wir können uns vorstellen, wie gruselig das ist, wenn einem so etwas passiert. Aber nochmal, wie gesagt, in aller Regel ist das nicht gefährlich. Klar, man kann noch Auto fahren, das läuft alles unbewusst ab. Das ist ganz wichtig zu verstehen, aber es ist natürlich schockierend. Und man kann vor allen Dingen dann auch in dieser Zeit, ja, ist man im Endeffekt ja aus der Verantwortung für sein eigenes Leben ein Stück weit auch rausgerissen. Eine andere Betroffene hat mir kürzlich erst berichtet, dass sie es kennt, dass sie sich irgendwo in ihrer Wohnung befindet und gerade ist noch alles in Ordnung. Und zack, im nächsten Bewusstseinsaugenblick steht sie in der Küche und erlangt ihr Bewusstsein erst wieder, wenn sie gerade dabei ist, das Messer an ihren Armen anzusetzen. Ja, und das ist natürlich wirklich nicht schön. Auch das ist eine Form von Dissoziation, die viele Menschen mit Borderline kennen werden. Ja, das nennt man Fuge und ist in jedem Fall sehr belastend für die Betroffenen. Ja, und last but not least Nummer 5, das ist die Dissoziative Identitätsstörung. Das ist etwas, das die meisten von uns wahrscheinlich unter dem vulgär Begriff bzw. dem veralteten Begriff multiple Persönlichkeit kennen, ebenfalls aus vielen, vielen Filmen. Ja, was heißt das und wie kommt das zustande? Das bedeutet, dass verschiedene Persönlichkeitsanteile voneinander praktisch abgespalten, dissoziiert sind. Und diese Persönlichkeitsanteile haben ganz eigene, voneinander unabhängige Ausprägungen, Charakteristika und eventuell sogar einen eigenen Willen. Und nacheinander übernehmen dann verschiedene Persönlichkeitsanteile von uns die Kontrolle über den gesamten Rest, über unseren Körper und den Rest unserer Persönlichkeit. Wie kommt sowas zustande? Man muss verstehen, dass immer wenn Menschen ein Trauma erfahren, die eigene Persönlichkeit kleine Risse bekommt. Das hat viel damit zu tun, wie Traumatisierungen verarbeitet werden. In aller Regel, wenn diese Traumatisierung nicht übermäßig, heftig und vor allen Dingen nicht immer und immer und immer wieder, wie der Stößel stattfindet, werden diese Risse unserer Persönlichkeit nach und nach wieder ausheilen. Wenn man allerdings immer und immer wieder traumatisiert wird, kann es passieren, dass tatsächlich unsere, diese Risse immer größer werden und unsere Persönlichkeit voneinander in den einzelnen Anteilen dissoziiert wird und man dann hinterher eine dissoziative Identitätsstörung hat, ja, beziehungsweise eine multiple Persönlichkeit. Abschließend sei gesagt, dass natürlich alle diese, deswegen, ja, heißt es pathologisch, alle diese Formen von Dissoziation für die Menschen, die darunter leiden, ja, dieser Begriff ist angebracht, sehr, sehr belastend sind und in jedem Fall wirklich therapeutisch mit einem Facharzt angegangen werden sollten. Wichtig ist es vor allen Dingen auch, das möchte ich hier nochmal ansprechen, dass Betroffene, auch Betroffene mit Borderline, überhaupt den Willen haben, gegen diese Dissoziationen anzugehen. Der Wille ist wirklich ganz entscheidend. Man muss sich da wirklich auch zusammenreißen. Wie passend dieser Begriff ist im Kontext von Dissoziation ist, denke ich, klar. Warum sage ich das? Nun, weil viele Menschen, die diese Dissoziationen, die man sich, das ist ein Verhalten, das man sich antrainieren kann, immer weiter angewöhnt, ja, Übung macht ihn Meister. Ich habe es schon gesagt, natürlich trainieren viele sich das nicht bewusst an, setzen sich jetzt hin und sagen, ich übe das jetzt immer und immer wieder in die Derealisation zu verfallen und so weiter und so fort. Nein, aber viele lassen sich mit einer gewissen Bereitwilligkeit immer und immer wieder gehen, dazu hinreißen, zum Beispiel, weil es bestimmte traumatische Erfahrungen gibt, Erinnerungen gibt. Da sind wir jetzt wieder bei der Dissoziativen Amnesie, an die man sich nicht erinnern möchte, weil es aktuell bequemer ist, das aus dem Gedächtnis abzuspalten. Das ist für den Moment überlebenswichtig und man sollte solche krassen, abgespaltenen Gedächtnisinhalte auch wirklich mit einem Fachmenschen zusammen aufarbeiten. Das ist wirklich wichtig, denn es kann einen sehr destabilisieren, wenn man sich plötzlich an schlimme Sachen aus der Vergangenheit erinnert, die einem vorher jahrelang nicht bewusst waren. Das kann er nicht aus der Bahn werfen, das muss ich an dieser Stelle sagen. Aber langfristig ist es natürlich für die gesamte Lebensqualität und überhaupt dafür lebensfähig zu sein, wichtig nicht immer und immer und immer wieder in Dissoziationen zu kommen. Wenn ihr etwas für euch tun wollt gegen dissoziative Neigungen, habe ich vor einiger Zeit schon mit der lieben Livia Florentine ein eigenständiges Video zur Dissoziation und vor allen Dingen auch Skills, Tipps und Tricks bei Dissoziationen gemacht, das ihr euch sehr, sehr gerne anschauen könnt. Dieses Video ist natürlich kein Therapie-Video, kann keine Therapie ersetzen, aber man kann mit den dort vorgeschlagenen Skills, die insbesondere die Livia vorstellt, sehr viel schon für sich selber tun. Die Livia Florentine hat selber sehr viel Erfahrung mit dissoziativen Zuständen und kennt wirklich sehr viel gute Skills. Wenn ihr euch dafür interessiert, habe ich euch das Video in der oberen Endkarte verlinkt, dann müsst ihr jetzt nur draufklicken und ihr seid sofort beim Video. Für dieses Video bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, ein bisschen weiterhelfen. Abonniert natürlich auch gerne diesen Kanal. Wer mich unterstützen kann, wer mich unterstützen möchte, darf auch sehr, sehr gerne Kanalmitglied werden. Damit helft ihr mir auf meinem Lebensweg ein großes Stück weiter und wie immer alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal.